Wir haben ein Geschenk für dich. Aber was ist das alles? Ein FeelNature Info-Paket mit Praxismaterial, Gutscheinen und vielem mehr. Du kennst FeelNature ja bereits, bekommst aber trotzdem ein Paket zugeschickt mit Info-Material? Jetzt fragst du dich vielleicht. Was ist das alles? Dieses Video soll dir den Inhalt des Info-Pakets erklären und veranschaulichen, was du alles mit den Informationen anfangen kannst. Das Info-Paket besteht aus unserem sogenannten Handwerkszeug. Es sind Flyer, Booklets mit Produktinformationen, angepasste Bestellscheine und Gutscheine. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten. Besonders die beigelegten Gutscheine können für dich interessant werden. Denn du kannst sie an deine Patientinnen und Patienten ausgeben und diese bekommen einen 5% Willkommis-Rabatt auf ihre erste Bestellung. Wenn der Patient ein Rezept hat, kann der Gutschein auch in Kombination mit diesem Rezept genutzt werden. Dabei solltest du als Therapeut an eine Sache denken, der Patient kann die Rechnung steuerlich geltend machen. Erinnere deine Patienten also daran. Es gibt zudem noch eine Kundenbroschüre, die der Patient informativ nutzen kann. Diese kannst du mit dem Bestellschein und dem Gutschein verteilen. Durch die Nutzung des Gutscheins wird dem Patient inklusive der Bestellung direkt deinem Kundenstemm zugeordnet. Du erhältst immer eine Provision, wenn der Patient eigenständig nachbestellt. Bisher war es so, dass der Patient zur Apotheke geht und somit der Apotheke Geld verdient. Mittlerweile kann der Patient direkt beim Hersteller bestellen und du bekommst dein Honorar in Form der Provision. Die Zuordnung ist auch über den Bestellschein möglich. Denke aber daran, deinen Patienten in den 5% Willkommens-Rabatt in Form des Gutscheins mitzugeben. Im Login-Bereich von FeelNature kannst du dir diese Informationen unter Mein Konzept auch nochmal in Ruhe anschauen. Und falls dir Materialien oder Gutscheine ausgehen, keine Sorge, du kannst alles im FeelNature Shop nachbestellen. Es gibt bei FeelNature auch kostenlose Webinare, für die man sich im Shop anmelden kann. Einfach ein passendes Thema heraussuchen und das Webinar für 0 Cent in den Warenkorb legen und bestellen. Du bekommst im Anschluss per Mail die Einwahldaten zugesendet. Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden. Jetzt wünsche wir dir viel Spaß mit deinem Paket.